Sternengeschichten Folge 444 Captain Stern. Heute geht es um Captain Stern und der gehört keinem Kapitän. Ja, auch mit Captain Kirk oder Captain Picard hat das alles nichts zu tun, sondern mit der Suche nach dem Aufbau des Universums, mit kollidierenden Galaxien und mit uralten Planeten. Und ja, ein Kapitän kommt auch vor, irgendwie zumindest. Nämlich Jakobus Cornelius Captain. Der war ein niederländischer Astronom, der am 19. Januar 1851 geboren worden ist und sich darauf spezialisiert hat, fotografische Aufnahmen des Sternenhimmels zu analysieren. Diese Technik der Astrophotografie, die war auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch recht neu, aber es war durchaus klar, was für ein Potenzial da drin steckt. Ja, man kann damit viel mehr Sterne viel genauer beobachten als früher, als man auch selbst aufs Teleskop schauen hat müssen und alles händisch aufgezeichnet hat. Captain hat zwar an der Universität Gröningen in den Niederlanden gearbeitet, sich aber vor allem mit den Sternen des südlichen Himmels beschäftigt. Und zwar mit den Aufnahmen, die der englische Astronom David Gill zwischen 1885 und 1890 an der Sternwarte von Kapstadt gemacht hat. Zehn Jahre lang hat Captain mit diesen Bildern gearbeitet und das Resultat war der 454.875 Sterne umfassende Katalog der Cape Photographic Durchmusterung. Und wer sich über das deutsche Wort in diesem englischen Titel wundert, der sollte nochmal Folge 441 anhören, wo ich über die Durchmusterung spreche. Wer so eine Aufgabe angeht, der sollte sich darauf einstellen, sehr genau zu arbeiten. Und Captain war genau. Er hat die neuen fotografischen Aufnahmen des Südhimmels mit früheren Messungen verglichen und mit früheren Katalogen abgeglichen und dabei auf einer Karte von 1873 einen Stern entdeckt, der auf den aktuellen Bildern gefehlt hat. Das war merkwürdig, weil eigentlich verschwinden Sterne nicht so ohne weiteres vom Himmel. Robert Ince, ein schottischer Astronom, der als Assistent von Gill in Kapstadt gearbeitet hat, hat dann aber auf den neuen Bildern einen Stern gefunden, der ein bisschen abseits der Position des verschwundenen Objekts war. Seine Hypothese, der Stern ist gar nicht verschwunden, der hat sich nur überraschend schnell bewegt. Und in dem paar Jahren, die zwischen der alten und der neuen Beobachtung gelegen sind, hat er sich weiter bewegt als die übrigen Sterne, die das am Himmel normalerweise tun. Diese Hypothese ist bestätigt worden und der Stern hat den Namen Captain Stern bekommen. Was eigentlich ziemlich ungerecht ist, weil Ince Stern wäre angesichts der Umstände viel passender gewesen. Oder zumindest Captain Ince Stern, aber dann hätten vielleicht alle geglaubt, irgendein Kapitän Ince hätte das Ding entdeckt. So oder so, der Stern heißt jetzt nun mal so, wie er heißt. Bevor wir uns dem Stern widmen, schauen wir aber kurz noch mal, was der Herr Captain sonst noch so getrieben hat. Unter anderem wollte er mehr über die Eigenbewegung der Sterne am Himmel rausfinden. Also die Bewegung, die so ein Stern tatsächlich und real durch den Weltraum absolviert. Man hat im Laufe der Zeit immer wieder Sterne gefunden, die ihre Position am Himmel verändert haben. Aber das waren immer nur sehr kleine Abweichungen und ohne Teleskop schwer zu messen und ohne genaue fotografische Daten zu vergleich eigentlich so gut wie gar nicht. Aber Captain hat ja jede Menge Aufnahmen gehabt und hat sehr viele Sternbewegungen analysieren können und dabei herausgefunden, dass sie sich im Großen und Ganzen nicht völlig zufällig bewegen, sondern es eine gemeinsame Drehung gibt. Oder anders gesagt, alle Sterne unserer Galaxie führen eine gemeinsame Drehbewegung voraus. Das hat man theoretisch schon vorhergesagt. Captain war aber der Erste, der es auch konkret durch Beobachtungsdaten nachweisen konnte. Obwohl man damals natürlich auch nicht gewusst hat, dass es unsere Galaxie ist, die da rotiert. Wir befinden uns ja immer noch in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Die großen Entdeckungen von Edwin Hubble und Co., die liegen noch in der Zukunft. Man hat damals immer noch darüber gestritten, ob die Sterne, die wir am Himmel sehen können, alles darstellen, was es im Universum gibt. Also darüber, ob unsere Milchstraße, also die Ansammlung all der Sterne am Himmel, identisch mit dem Universum ist oder ob die nebligen Flecken, die man auch am Himmel sehen kann, andere gigantische Sternensysteme sind nur viel, viel weiter entfernt. Heute wissen wir, unsere Milchstraße ist wirklich nur eine von unzähligen Galaxien im Universum, die durch gigantische Leerräume voneinander getrennt sind. Captain jedenfalls hat sein Bestes getan, mit den vorhandenen Daten das herauszufinden, was sich damit eben rausfinden lässt. Aus den Positionen und Entfernungen, die er aus den Fotografien ableiten hat können, hat er probiert, ein Modell der Galaxie oder eben aus damaliger Sicht ein Modell des Universums aufzustellen. Und er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die bekannten Sterne in einer Art Scheibe von ca. 40.000 Lichtjahren Durchmesser anordnen, von deren Zentrum die Sonne etwa 2.000 Lichtjahre entfernt ist. Was aus heutiger Sicht falsch ist, ja aber irgendwie auch richtig, weil die Milchstraße ist eine Scheibe und die Sonne befindet sich nicht in ihrem Zentrum, weil auch das war damals umstritten. Es gab durchaus auch die Auffassung, dass wir uns im Mittelpunkt aller sichtbaren Sterne befinden. Captains Modell hat die Realität sehr viel besser beschrieben, nur die Größen und Abstände haben halt nicht gepasst. In Wahrheit ist die Milchstraße ungefähr 100.000 Lichtjahre groß und die Sonne ungefähr 26.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Captain hat damals auch nichts über das interstellare Medium gewusst, also das ganze Gas und den ganzen Staub und das andere Zeug, das man zwischen den Sternen finden kann und dass das Licht der Sterne abschwächt. Das muss man aber berücksichtigen, wenn man die Entfernungen richtig berechnen will. Captains Forschung über die Bewegung der Sterne war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt sind wir wieder bei dem Stern, der heute seinen Namen trägt. Man war durchaus überrascht, wie schnell der sich am Himmel bewegt. Zum damaligen Zeitpunkt war kein anderer mit einer größeren Eigenbewegung bekannt. Und sowas ist immer ein Anzeichen dafür, dass ein Stern der Sonne vergleichsweise nahe ist. Weil bewegen tun sich alle Sterne. Bei denen, die uns nahe sind, sieht man das am Himmel aber viel deutlicher. Heute wissen wir, dass sich Captain Stern 12,83 Lichtjahre von der Sonne entfernt befindet. Damit landet er auf Platz 24 der uns nächstgelegenen Sterne und er wird im Ranking im Lauf der Zeit weiter nach hinten rutschen. Seine größte Annäherung an uns, die liegt nämlich schon knapp 11.000 Jahre zurück. Damals war sein Abstand zur Sonne nur sieben Lichtjahre. Und seitdem entfernt er sich immer weiter von uns. Das ist aber noch längst nicht alles, was diesen Stern außergewöhnlich macht. Zum einen fährt er quasi gegen die Einbahn. Er umrundet das Zentrum der Milchstraße Retrograd. Also entgegen der Richtung, in der das die allermeisten andere Sterne tun. Das liegt an seiner Herkunft. Captain Stern ist ein sogenannter Halostern. Ich habe vorhin erzählt, dass die Milchstraße im Prinzip eine große Scheibe aus Sternen ist. Und das stimmt auch. Aber diese Scheibe ist von einem Halo umgeben. Das ist ein kugelförmiger Bereich um die Scheibe rum, in dem man vor allem Kugelsternhaufen findet. Und alte Sterne, die sich nicht um die Gepflogenheit der Scheibe kümmern und einfach irgendwie um das Zentrum kreisen. Und was man dort auch findet, sind Sternströme. Darüber habe ich in Folge 177 ja schon ausführlich gesprochen. Kurz gesagt handelt es sich dabei um die Überreste fremder Galaxien. Wenn eine kleine Zwerggalaxie in die Nähe einer großen Galaxie wie unserer Milchstraße kommt, dann verschmelzen beide. Oder besser gesagt, die große Milchstraße reißt die Sterne der kleinen Galaxie mit ihrer Gravitationskraft auseinander. Im Lauf der Zeit verteilen die sich dann in der Milchstraße, bilden aber währenddessen noch Sternströme. Also Sterne, die sich alle mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung bewegen. Captain Stern gehört genau zu so einer Gruppe. Und man geht davon aus, dass sie aus dem Kugelsternhaufen Omega Centauri stammen. Und der wiederum ist vermutlich das übrig gebliebene Zentrum einer Zwerggalaxie, die vor langer, langer Zeit von der Milchstraße eingefangen und aufgefressen worden ist. Durch die gravitative Wechselwirkung sind Sterne aus den äußeren Regionen herausgerissen worden. Und das ist auch Captain Stern passiert. Damit erklärt sich auch sein hohes Alter, weil man schätzt den Stern auf knapp 12 Milliarden Jahre. Captain Stern ist nicht nur der uns nächstgelegene Halostern, er ist vermutlich auch der uns nächstgelegene Stern, der nicht in der Milchstraße, sondern in einer anderen Galaxie entstanden ist. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum er seit seiner Entdeckung immer wieder erforscht worden ist. Und das eine oder andere wird man dort sicher noch finden. Captain Stern ist ein roter Zwergstern, der nur knapp 40% der Masse unserer Sonne hat und nur ein tausendstel Mal so hell leuchtet wie unsere Sonne. Man braucht also auf jeden Fall ein Teleskop, wenn man den sehen will. Und das sollte man dann irgendwo im Süden aufstellen. Irgendwo auf der Südhalbkugel oder zumindest im nördlichen Afrika oder im Süden von Europa. Die Teleskope, die Captain Stern im Jahr 2014 ein weiteres Mal in die Medien gebracht haben, die sind in Chile und Hawaii gestanden. Und mit diesen Teleskopen wollte man zwei Planeten entdeckt haben, die den Stern umkreisen. Einer mit der siebenfachen Masse der Erde, der andere mit circa der fünffachen Erdmasse. Der äußere von beiden, der ist zu weit vom schwach leuchtenden Stern entfernt, damit auf seiner Oberfläche halbwegs lebensfreundliche Bedingungen herrschen. Der ist auch so massereich, dass man gar nicht sicher sagen kann, ob der überhaupt eine echte Oberfläche hat oder ob es eher so ein Eisriesenplanet wie Uranus oder Neptun ist. Aber der kleinere, innere Planet, der ist dem roten Zwerg nahe genug, dass dort vielleicht lebensfreundliche Temperaturen herrschen könnten. Sofern die beiden Himmelskörper wirklich existieren, weil weitere Beobachtungen haben nämlich doch Zweifel an der Entdeckung aufgeworfen. Vielleicht waren die Daten doch nicht so gut, wie man damals gedacht hat. Aber wenn es wirklich Planeten gibt, die Captain Stern umkreisen, dann wären das extrem außergewöhnliche Forschungsobjekte. Planeten, die deutlich älter sind als die, die wir bis jetzt gefunden haben. Planeten, die nicht in unserer Milchstraße entstanden sind, sondern weit draußen in einer anderen Galaxie. Und wer weiß, vielleicht besucht irgendwann in ferner Zukunft ja tatsächlich mal einen Captain eines Raumschiffes, diesen außergewöhnlichen Stern, um zu schauen, was dort alles so passiert. Musik 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 Musik